Zurück! Okay. Okay. Das hier ist der Markt anscheinend. Sieht aber... Tja, der will Wasser, äh... Was haben wir denn hier? Da hinten ist jemand. Da war eben auch jemand. Der ist leider außerhalb der Reichweite gelaufen. Da oben ist noch jemand. Und... Die sind... Raider. Also... Feindlich. Es fliegt nach oben rum. Ich habe wahrscheinlich genau die Waffe getroffen. Toll. Die sind... 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 Das war's für heute. wirklich weit wirklich besser zählen kann man damit ja wohl auch nicht es ist Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Lebensmittel gefunden. Wenn ich jetzt noch Medikamente finde, dann was macht denn der eigentlich an Schaden? Fünf. Obwohl er in so gutem Zustand ist und der macht sieben, obwohl er in viel weniger hohen Zustand ist, dann nehme ich natürlich die. Zum Beispiel man auch besser umgehen kann. So. Sind hier noch mehr Raider? Oder? Ja. Ja. Na. Ja. 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 Achtung! Schütt! Aaaaaah! Ich gucke erstmal was hier noch ist, vor allem möglicherweise an weiteren Gegnern, bevor ich hier. Da lege ich mich ganz sicher rein. Wahrscheinlich kann ich damit die Tür aufmachen. Okay. 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 Ich meine, ich habe zwei Schlüsse gehabt, aber... Okay. 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 Vielen Dank.